hier ist nichts komme ich nicht durch und hier auch nicht selber so als wäre eine tür manche karte mir mal kurz kurz und groß öffnen das gehört das gehört bestimmt hier zu ne glaub ich eine etage drunter wie das aussieht ach da ok ach so ich dachte ich müsste es da unten treffen aha Gott sei Dank ist das nur Wasser. Kommt da jetzt unendlich Obst raus? Ich glaube ja. So. Ach, geh weg. Gut, den einen machen wir noch kaputt. Aus Prinzip. Gehen wir mal hier rein. Oh. Um. Oh. Oh. Wie schön, dass er sich immer freut und dann im nächsten Moment direkt wieder Schiss hat. Ist irgendwas, was ich werfen kann? Nee. Schade. So. Hä? Danke. Okay. Ich will nur verhindern, dass sie mich angreift. Tatsächlich? Den hier juckt es nicht. Das stimmt. Das stimmt. Das ist echt das Tolle an ihm. Ach. Hallo, Krono, der Wind. Wie geht's dir? Halt. Da sind noch Münzen. noch rein direkt so machen können. Aber egal. Oh. Von Opa Kronk. Dann mal viel Spaß beim Gucken. Wann komm ich denn da rein? Ist da was? Ist dir ein Tee gegönnt? Trink irgendwie... Oh. Ich trinke im Moment irgendwie voll wenig Tee. Hey, ich stand doch auch nicht mehr da drin. Wie weit ich bin, noch nicht sehr weit. Ich dachte, das geht so. Ich weiß wie. Komm her. Ja, bei mir ist halt im Moment nur auf der Arbeit. Da trinke ich Tee, aber hier zu Hause eher irgendeinen Moment weniger. Außer ich sitze mal abends auf der Couch. Dann vielleicht noch. Ja, aber so. Wann ich gerade ein Goldner? Komm her. Ich wusste es doch. Weißer Tee. Ja, also ich trinke meistens Vanilletee. Ach, Vanilletee. grüner Tee. Äh, grüner Tee. Könnte rein theoretisch auch die Dinger umschmeißen. Ach, diese scheiß Banane, gell. Weiß was. Wenn der das so will. Oh. Toll. Ich bin auf ihm drauf gelandet. Deswegen. Ähm, was wollte ich sagen? Ach ja, ich trinke meistens halt, äh, grünen Tee. Oder irgendwas Fruchtiges. Es sind zwei, das sehe ich jetzt. Grüner Tee, Vanille. Grüner Tee, normal. Ich weiß nicht, wie ich auf Vanille... Ey, was soll denn das? Ich weiß nicht, wie ich auf Vanille jetzt gerade kam. Keine Ahnung. Bin so hoch konzentriert, dass ich nicht mehr reden kann. Ja, ich trinke... Also morgens trinke ich auch eine Tasse Kaffee. Oder jetzt mittlerweile, dadurch, dass ich ja die neue Maschine habe, koche ich... Mache ich mir auch gerne, ähm... Abends, wenn ich heimkomme. Oder nachmittags, wenn ich heimkomme. Gerade eine Tasse Kaffee. Aber es sind auch so maximal zwei Tassen im Grunde. Hier ist was drin. Ah lol. Komm, einsaugen. Das tut mir weh. Okay. Und Schlüssel. Du hast gerade Stockwerk 10 fertig gemacht. Okay. Gut, ich bin jetzt bei... Gott. Welchem Stockwerk? Sechs. Tee nur, wenn du krank bist. Ja, das kenne ich. Wenn ich krank bin, dann trinke ich... ...ultra viel Tee. Ich keine. Um... Bisschen Schwert. Mäki, danke für dein Follow. Zu den Mäusen? Meinst du, zu diesen wunderschönen Ratten? Okay. Ach, warte, da war ja, das stimmt, da war ja die Treppe. Die Leiter, die war hoch, ja. Was es alles gibt, was man sammeln kann, das ist viel zu viel. Ein Blitz. Wie ich einfach immer den Schlüssel vorher finde, bevor ich weiß, dass ich ihn brauche. So. Einmal ab damit. Okay. Kommen sie mal her. Toll. Okay. Ich hätte das Geld einsammeln können, gell? Und ich hätte vielleicht nicht als Luigi runtergehen sollen. Ey, jetzt. Geh mal weg. Nervs, ich muss den Müll wegsaugen. Kann ich das Spinnweben kaputt machen? Trinkt mir das? Hm. Ah, okay. Ich verstehe. I understand. Ich verstehe. Okay. So, jetzt kann ich hier rum. Ähm. Danke fürs Vorbeischauen, Mackie. Ich wünsche dir auch noch einen schönen Restmontag und einen schönen Dienstag morgen. Ah, okay. Ich verstehe. Also, hätte ich so oder so mit Luigi runtergemusst. Okay. Dann kommen wir retour. Gut. Da ist Papierkrümelchen. Das kann ich nicht so sehen. Das geht nicht. So. Erstmal. Den hier. Äh. Das wollte ich gar nicht. Achso, einmal reicht. Okay, warte. Ist das so richtig? Nee, warte. Wer da durch? Oh, nee, okay. Okay. Ist voll schwer, jetzt was zu sehen. Das ist so klein. Was ist das? So, einmal einsammeln. Ah, okay. So kriege ich den Luigi runter. Ich verstehe. Aber wir sammeln erstmal. Na komm. So, Herr Luigi. Nee, warte mal. Erstmal den hier. Hey, Luigi. Ich krieg das Ding ne Gansch auf. Oh. Hey. Kann ich den Pömpel? Okay. Das geht nicht. Ja, aber wie kriege ich den... Diese Ratten. Achso. Ah. Da kriegt man Geld. Okay, cool. Kriege ich denn den Luigi da runter? Alter. Ah, lol. War einfach nur zu ungeduldig und hab zu wenig gepustet. Ich hätte einfach nur länger pusten müssen. Ich kriege immer die falschen Tasten. Achso. Ach, Mann. Ich kriege immer die falschen Tasten. So. Da ist noch was. Ich kann schon so irgendwie kaputt machen. Ah, da. Warte. Hat mir das jetzt gebracht? Nix. Bin nass geworden. Wow. Der lässt sich aber auch nicht schwingen und nix, gell? Ja. Hier wird einfach alles ausprobiert. Irgendwas klappt. Ich wollte schon gerade sagen, Luigi, du hast seine Mütze verloren. Aus Sicherheitsgründen. Oh, der nimmt schon wieder das A nicht. Ey, der nimmt schon wieder das A nicht. Ich glaub, mein Controller gibt auf. Da. 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 Hier ist der Schlüssel bestimmt. Ah, okay. Ah, okay. Also, der nimmt ja bei dir das A manchmal auch nicht. Okay. Weil das ist immer nur, wenn ich irgendwann irgendwas am Saugen bin. Zum Beispiel an den, ähm, zum Beispiel an den, ähm, zum Beispiel an den, ähm, Plakaten oder so. Nur dann, komischerweise. Aber wie komm ich jetzt an dieses, ähm. Oh. Hi. Was geht? Alles cool? Wow. Das war jetzt voll die Herausforderung. Aber wie kriege ich das da? Da ist ein... Nein, das will ich nicht. Da ist ein Schloss dran. Oh. Bezeihung. Ach. Manchmal... Katastrophe. Mein Hirn. Manchmal. So. Ich hab's auch ohnehin gekriegt. Das ist halt... Ich weiß nicht warum, aber ich krieg das nicht in mir, alles zu merken, was da kann. Weiß nicht... Ich hab damit irgendwie voll das Problem. Kann ich den irgendwo hinwerfen? Beispiel. Okay. 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 Ach, das war aber jetzt... Hören wir mal, das war aber jetzt nicht mehr. Oh! Ich hab schlechte Karten. Das wird jetzt schmerzhaft. Alter! Hier bist du gestorben wegen der Steuerung. Ja, kann ich nachvollziehen. Alter. Ich hab kein Leben mehr. Macht schon... Hallo? Hier geht's ein paar Herzchen, bitte. Okay. Das heißt, der hier muss ziehen. Und Luigi muss pusten. Oder wie? Was bringt mir das? Nichts. Ja, stimmt. Den goldenen Kuchen hab ich noch. Warte mal. Dem tut's ja eh nicht weh. Etwas ist das irgendwie... ...in der Wasser. Das ist irgendwie... ...von hier unten steht. Und ich habe das... ...von hier unten steht... ...dann ist das irgendwie... ...von hier unten steht... steuern? Ne, ne? Muss das von oben, glaube ich, steuern? Das Problem ist nur, ich kann halt das hier nicht mehr steuern. Ah, okay, lol. Gut. Schatz. Ich dachte, ich müsste da draufstehen. Kann ich da irgendwas gegen tun? Ne. Muss einfach laufen. Die Fallen sind echt fies. . Untertitelung des ZDF, 2020